Niederösterreich heute ist eine Nachrichtensendung. Einen schönen guten Abend, willkommen bei Niederösterreich heute. Eine Rauchwolke von 150 Metern, die weit in den Himmel rankt und etwa 200 Feuerwehrleute, die versuchen den Flammen Herr zu werden. Das ist circa einen Monat her, als mich eine E-Mail erreicht von einer gewissen Martina Kainz, die mir schreibt, weil sie weiß, dass ich ein großer Michael-Jackson-Fan bin und meint, sie plant ein Denkmal in Wistelbach aufstellen zu lassen, ob ich wüsste, wie wir das Ganze in Umlauf bringen könnten. Und dann ging's los mit meiner Begeisterung für Michael Jackson und das Tanzen. So soll es sein. Sie bleibt ohnehin immer cool, weniger gelassen zeigt sich ihr Freund. Kein Spatz, geh mal. Und denn es wird keltiger als heute, dafür aber immer wieder sehr sonnig. Die Aussichten jetzt noch einen schönen Abend. Ups, ich hab das Sturmtief vergessen. Noch einmal. So eine hohle Hülle. Vollkommen egal. Fang mal nochmal an. Ich geh nach Haus. Bis bald. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Auf Wiedersehen. Ich geh nach Haus. Musik Bis zum nächsten Mal.